also ich fühle mich gut aber ich bin wie alle merkwürdigerweise ziemlich aufgeregt wir haben auf der tour erlebt wie viel schief gehen kann aber wir sind frühzeitig hier der tanzbogen liegt schon fast fertig mit der technik das heißt wir können uns gut vorbereiten wir haben auch große lust und natürlich kommen hier auch viele freunde auch junge leute von tta die in deutschland waren also es ist auch ein fest jetzt hier zu spielen ich habe alle kinder von Theatergruppen zu kommen um zu sehen was Kaktus wird heute auf der stage denn es ist eine lange Zeit in Kanada wo wir ein Duett oder sogar sogar ein Solo-Show im Thema Theater das ist das ist das ist So, guys, it's fun. So, Belonging is a theater play. We developed the Twintetieradishima in Kaptus-Junge Theater in Germany. It's about longing for a place, being in a place and longing for a place and also, as the name goes, to belong to a place. So, we are talking about migrational issues, we are talking about issues of partnership and also the future. What does the future look like? So, we are working together, like these two groups, Kaptus and Kitajuma, for like four, five years now. Six years. I've been working, so out of this partnership, more and more groups, let me say, more and more papers are important. So, when I did this, when we did this choreography, we did this in Ghana, and logic, this partnership already exists. So, we've had a good chance to, you know what was that, to, um, specific in Germany where we're from, because we did this in Ghana. So, we thought we should use this partnership, like, which is a variety. So, you can see that. You can see that. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Yes. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.